Musik Wo er auch kämpfte, Erwin Rommel hatte niemals den Oberbefehl. Aber seine Führungsstärke ist unvergessen. Denn es war Rommel, den die Alliierten fürchteten und den seine Männer bewunderten. Er hatte das, was man Fingerspitzengefühl nennt, einen sechsten Sinn, um eine Situation richtig zu erfassen. Er personifizierte geradezu die Taktik des Blitzkriegs, das schnelle Vorpreschen durch noch so starke feindliche Stellungen. Er konnte in aussichtslos erscheinenden Schlachten durch einen einzigen gewagten Schachzug das Blatt wenden. Natürlich war ich stolz auf ihn. Ich respektiere ihn noch heute. Rommel versteht man am besten als jemanden aus einem anderen Jahrhundert. Rommel war ein Mann von Ehre und Prinzipien. Einen unsoldatischen Befehl hätte er auch von Hitler nie befolgt. Er hatte die genialen Fähigkeiten eines Schachmeisters. Er kann zwölf Kerlen begegnen und sie alle matt setzen. Es war Rommel, der Winston Churchill dazu brachte, im Unterhaus auszurufen, was zählt, wenn nicht ihn zu schlagen. Am 15. November 1891 wurde Johannes Erwin Eugen Rommel im württembergischen Heidenheim geboren. Sein Vater Erwin war Schulleiter. Seine Mutter, eine geborene Helene von Lutz, war wie ihr Mann eine gläubige Protestantin. Der kleine Erwin wuchs mit einer älteren Schwester und zwei jüngeren Brüdern in einer Familie ohne militärische Tradition auf. Sein Vater war fürsorglich und warmherzig. Er war ein zartes, ruhiges Kind. Aber als Teenager wurde er sehr sportlich und zeigte schon erste Führungsqualitäten. Er war mutig und zog andere stark an. Das Deutschland des frühen 20. Jahrhunderts sorgte sich noch immer im Sieg über Frankreich im Krieg von 1870. Ein angesehenes Offizierskorps, getragen von preußischen Adligen, dominierte eine schlagkräftige Armee. Es herrschte die allgemeine Wehrpflicht. Doch der Bedarf an Offizieren auch aus der Mittelklasse war groß genug, sodass der Schuldirektor Rommel seinem Sohn raten konnte, diese Laufbahn einzuschlagen. Und so trat der Sohn im Juli 1910 ins 6. Württembergische Infanterieregiment als Fahnenjunker ein. Er leistete seinen Wehrdienst ab und wechselte dann zur Militärakademie in Danzig. Als Kadett hat er sich nicht sonderlich ausgetobt. Er trank gelegentlich ein Glas Wein. Er rauchte nicht. Und das hat er auch für den Rest seines Lebens beibehalten. Während seiner Ausbildung in Danzig traf er Lucia Marie Molin, genannt Luzi, die Tochter einer wohlhabenden Familie. Sie fühlte sich durch Rommels unbekümmerten Humor angezogen. 1912 wurde Rommel Leutnant. Da er bei der Artillerie und bei den Pionieren nicht unterkam, ging er zur Infanterie. Als für Deutschland und fast ganz Europa im August 1914 der Erste Weltkrieg begann, erwarb sich Rommel seine ersten Lorbeeren auf dem Schlachtfeld. Nachdem sein Bataillon ein Viertel seiner Offiziere verloren hatte, war er an der Front ständig in Bewegung, um eine Schwachstelle zu finden, durch die er die französischen Linien durchbrechen oder umgehen konnte. Er hatte ohne zu zögern die Truppen anderer Zugführer unter sein Kommando genommen, wenn er einen Angriff durchführen wollte. Sein Mut war groß. Er führte zwei Züge in einen Gegenangriff und dabei stieß er auf eine Gruppe von Franzosen. Er schoss und streckte zwei Franzosen, die hintereinander standen, zu Boden. Aber als er auf die anderen schießen wollte, war seine Waffe leer. Er griff sie an. Die Franzosen schlugen zurück und zerschossen seinen Oberschenkel. Schnell war er wieder genesen und die Legende über den nicht umzubringenden Fuchs des Schlachtfelds war geboren. Er erhielt sein erstes eisernes Kreuz und hatte sich großen Respekt erworben. Ein Zugführer schrieb über ihn, auf seltsame Weise durchdrang sein Geist von Anfang an das ganze Regiment. Seine Initiative, sein Mut, sein überragender Edelmut inspirierten jeden. Jeder, der in den Bann seiner Persönlichkeit kam, wurde zum richtigen Soldaten. Er schien nie erschöpft. Er schien zu wissen, wie der Feind gestrickt war und wie er wahrscheinlich reagieren würde. Seine Pläne waren oft aufsehenerregend, instinktiv, spontan und nicht selten undurchsichtig. Seine Männer vergötterten ihn und hatten unerschütterliches Vertrauen in ihn. Rommel wurde zum Oberleutnant befördert und fuhr auf Heimaturlaub, um seine Luzi zu heiraten. Sie war bis zum Schluss die Liebe seines Lebens. Die Krönung seines Einsatzes im Ersten Weltkrieg war die Erstürmung des Monte Matajur unter seinem Kommando in der Alpenschlacht von Karfreitag 1917. Er suchte die Schwachstellen, einen unbewachten Posten, die Stelle ohne durchgehende Schützengräben. Obwohl er nur Oberleutnant war, waren seine Kommandeure von seinem Vorgehen so beeindruckt, dass sie ihm eine Einheit in Bataillonsstärke gaben, die normalerweise von einem Major- oder Oberstleutnant befähigt wurde. Rommel gelang der Angriff auf den Monte Matajur, wobei er fünf italienische Regimenter dezimierte und 9000 Gefangene machte. Unter seinen eigenen Leuten hatte er nur sechs Tote zu beklagen. Einer starb an Entkräftung, weil er unbedingt mit Oberleutnant Rommel mithalten wollte. Für seine Leistung erhielt er den Purle Merit, genannt der Blaue Max, Deutschlands höchste Auszeichnung für Tapferkeit. Außerdem wurde er zum Hauptmann befördert. Einer seiner Zeitgenossen sagte, dass man Rommel nur durch das verstehen kann, was er am Monte Matajur tat. Er wird immer der Oberleutnant auf dem Weg zum Berg sein, der sofort Entscheidungen trifft. Aber mit dem, was er in den Schlachten gelernt hatte, musste er auf einen anderen Krieg warten. Deutschland brach zusammen und Rommel zog über 20 Jahre nicht mehr in einen Kampf. Auf den Straßen des besiegten Deutschlands herrschte Chaos. Die kaiserliche Armee wurde aufgelöst und im Friedensvertrag durch die Reichswehr eine kleine 100.000-Mann-Armee ohne moderne Ausrüstung ersetzt. Sie diente nur dazu, Aufstände zu unterdrücken und die Ordnung aufrechtzuerhalten. So nichts weiter. Erwin Rommel gehörte dem kleinen elitären Offizierskorps von knapp 4.000 Mann an. Das Leben der Rommels verlief ruhig. 1928 kam das erste gemeinsame Kind zur Welt, Manfred. Ab 1929 diente Rommel an der Infanterieschule in Dresden. 1933 wurde er zum Major befördert und zu den Goslarer Jägern versetzt. Hier soll er einen Ex-General, der bei Juden eingekauft hatte, vor SA-Männern beschützt haben. Mein Vater war sehr modern. Er war für seine Stellung und seine Zeit überaus tolerant und liberal. Aber der Mann, der mit einer wiedererstarkten deutschen Armee eine ganze Welt zertrümmern sollte, kam an die Macht. Und diesem Adolf Hitler war ein Buch aufgefallen, das ein junger Offizier namens Rommel geschrieben hatte. Er hatte Zeit, ein Buch zu schreiben. Infanterie greift an. Es war ein so durchdachtes Kompendium von Infanterietaktiken, dass die Schweizer Armee es als Lehrbuch nutzte. Hitler hatte es gelesen und war so beeindruckt, dass Rommel zum Kommandanten des Führerhauptquartiers ernannt wurde. Der Armee wurde beigebracht, nicht politisch zu sein. Das ist ein gutes Prinzip in der Demokratie, aber ein schlechtes in der Hitlerzeit. Denn viele Soldaten sagten, ich tue meine Pflicht, Politik geht mich nichts an. Die Partnerschaft zwischen dem Ritter und dem Monster sollte so intensiv und explosiv sein, wie der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939, der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Als Generalmajor beobachtete Erwin Rommel, wie die deutsche Wehrmacht in nur drei Wochen das unglückliche Polen überrannte. Der Kommandant des Führerhauptquartiers nahm an keinen Kämpfen teil. Er schien dem zweifelhaften Charme Hitlers erlegen zu sein und bekundete, der Führer weiß genau, was gut für uns ist. Als Rommel im Hauptquartier war, wurde er ein großer Bewunderer von Hitler. Beide waren im Ersten Weltkrieg Infantristen gewesen. Es gab eine Sympathie. Rommel beobachtete, wie der große Angriff auf Frankreich vorbereitet wurde und erkannte, dass die neue Panzerwaffe seine Speerspitze bilden würde. Genau dort wollte er sein. Er bat Hitler um das Kommando über eine Panzerdivision und zögerlich stimmte dieser zu. Hitler wollte diesen Offizier, den er so sehr respektierte, ehren, indem er ihm das Kommando über eine Panzerdivision gab. Er war Infanterist ohne Erfahrung mit Panzern und bekam eine der besten Panzerdivisionen. Rommels Beteiligung an der Invasion in Frankreich als Kommandeur der 7. Panzerdivision war fast genauso wie das, was er als Leutnant im Ersten Weltkrieg in Frankreich, Rumänien und Italien gemacht hatte. Er suchte nach der Schwachstelle, der ungeschützten Flanke. Oft leitete er den Vorstoß aus einem einzelnen Panzer ganz vorn. Sein Stab hat häufig den Kontakt zu ihm verloren. Es war Blitzkrieg in Rheinform. Es war Rommel. Rommel machte es scheinbar Vergnügen, die anderen Panzereinheiten abzuhängen und einfach nur vorzupreschen. Er griff den Feind von hinten an, zerstörte seine Kommunikationsnetze. Im Überraschungsmoment lag sein Vorteil und die Franzosen waren wie gelähmt. Kleine Verletzungen ignorierte er und hielt den Druck Tag und Nacht aufrecht. Die bewegliche 7. Panzerdivision wurde als die Geisterdivision bewundert und gefürchtet. Und bei den Engländern beschrieb die Vokabel »to Rommel« bald einen durchschlagenden Panzerangriff. Rommels 7. Panzerdivision brach als eine der ersten zur französischen Küste durch. Er kümmerte sich nicht um seine Flanken, denn er setzte voll auf die Verwirrung, die der deutsche Angriff unter den Franzosen angerichtet hatte. Rommels Truppe durchbrach die französisch-belgische Grenze, schaffte die Überquerung der Mars und stürmte weiter auf die Häfen am Ärmelkanal zu. Und dabei löschte er zwei französische Divisionen fast völlig aus, machte zahlreiche Gefangene und gelangte nach Cherbourg. In nur zehn Tagen hatte Rommel 280 Kilometer zurückgelegt, die Mars überquert, 10.000 Feinde gefangen genommen, 100 Panzer zerstört und dabei noch nicht einmal 2.000 Mann verloren. Als die Briten bei den Kirchen buchstäblich ins Meer getrieben waren und der Frankreich-Feldzug zu Ende war, wurde Rommel mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. Er hatte in zwei Weltkriegen die höchste deutsche militärische Auszeichnung erhalten. Propagandaminister Josef Goebbels hatte den perfekten Helden gefunden, den er dem deutschen Volk präsentieren konnte. Rommel ist eine exotische Figur. Er sah mit seinen entschlossenen, durchdringenden blauen Augen und seinem kantigen Profil wie der Inbegriff eines Soldaten aus. Die Nazis fanden bald das richtige Vorzeigeprojekt für ihren neuen Superhelden, Nordafrika. Wenig später wurde Rommel zum General der Panzertruppe ernannt. Er sollte den italienischen Verbündeten beistehen und verhindern, dass sie aus Afrika verdrängt würden. Eine solche Niederlage hätte die Bedrohung des Suezkanals und der britischen Öllieferungen durch die Achsenmächte beendet. Rommel übernahm am 12. Februar 1941 das Kommando über zwei deutsche Divisionen und machte aus ihnen das berühmte Afrika-Korps. In den nächsten beiden Jahren sollten die Alliierten diese Truppe kennen und fürchten lernen. Die 100.000 britischen Soldaten unter General Waywell waren mit den 250.000 Italienern leicht zurechtgekommen, hatten sie entlang der libyschen Küste aufgerollt und den wichtigen Nachschubhafen von Tobruk erobert. Rommel sollte die Lage stabilisieren. Sein Befehl vom Oberkommando des Heeres und der Wehrmacht war, die italienische Niederlage hinaus zu zögern. Er sollte Nordafrika nicht erobern. Er hatte die Erlaubnis zu einer aggressiven Verteidigung, aber nicht mehr. Er wusste, dass die Briten ihre Armee in Afrika verringert hatten, um ihre Kräfte in Griechenland zu verstärken. Also vergaß er wie gewöhnlich seine Befehle und legte mit seinem gewohnten Elan gegen die Briten los. In nur etwa zwei Wochen hatte er den Feind weitgehend aus Libyen vertrieben und ihren besten kommandierenden General Richard O'Connor gefangen genommen. Daraufhin verstärkten die Briten ihre geschundene Wüstenarmee, bis das Verhältnis zum Afrikakorps beinahe 3 zu 1 betrug. Aber Rommel umkreiste weiterhin seine Feinde und das Kampfgeschehen verlagerte sich ständig von Osten nach Westen und wieder zurück. Rommels Ruf war eine genauso wichtige Waffe wie seine Panzer. Immer wieder haben die Briten mit ihrem Vormarsch inne gehalten, weil sie eine von Rommels bösen Überraschungen befürchteten. Er sagte, es ist mir gegeben zu fühlen, wo der Gegner seine Schwächen hat. Unter seinen Offizierskollegen war er voller Ehrfurcht als der Schulmeister bekannt. Woraus Rommel eine einzige zusammengehörige Waffe schmiedete, waren seine Panzer, seine Infanterie, aber vor allem seine Antipanzerwaffen, seine 88mm Flugabwehrkanonen. Immer wieder gewann er Schlachten, indem er britische Panzer vor seine 88mm Flax lockte, deren Läufe entsprechend niedrig ausgerichtet waren. Er ist Soldat unter Soldaten. Er ist am glücklichsten, wenn er seine Soldaten kommandiert. Er vergisst die Mühen. Gutes Essen, guter Wein und Ruhepausen sind ihm egal. Er treibt seine Truppen gern durch die Gegend. Rommel hat nie vergessen, dass die Schlacht nicht von Stabsoffizieren mit polierten Stiefeln, Federhaltern und Vervielfältigern gewonnen wurde, sondern von schmutzigen Soldaten mit Läusen und Durchfall, verschwitzt und erkältet und mit Heimweh. Rommel war vom wichtigen Seehafen Tobruk wie besessen. Beim ersten Versuch kam er gegen eine entschlossene britische Verteidigung nicht an. Es wurde zum Symbol für britische Wehensstärke. Rommel überwand die Entschlossenheit durch List und Schneid. In einem zweiten blutigen Angriff nahm er Tobruk ein. Es war ein schwerer Schlag für den britischen Premierminister Winston Churchill. Und er sagte, dass eine Niederlage im Krieg eine Sache sei, eine Demütigung, aber eine ganz andere. Seine Chancen standen so schlecht. Seine sofortigen Erfolge waren so groß. Er konnte tun, was er wollte. Hitler war begeistert und machte Rommel zum Feldmarschall. Nun stand Rommel, der doch nur den Status Quo sichern sollte, vor El Alamein, dem letzten Bollwerk vor Kairo und dem Suezkanal. Er war kurz davor, die Briten aus Ägypten zu vertreiben. Rommel wird kaum bemerkt haben, dass der leitgeprüfte Churchill den personifizierten Gegensatz zum Wüstenfuchs als Kommandeur seiner 8. Armee nach Afrika geschickt hatte. General Bernard Montgomery war so kühl methodisch, wie Rommel intuitiv war. Montgomery begann systematisch damit eine Materialüberlegenheit aufzubauen, der auch ein Rommel nicht gewachsen sein konnte. Die Royal Air Force gewann die Luftüberlegenheit, die Navy beherrschte das Mittelmeer. Das Blatt der Deutschen wendete sich, aber um Rommel von El Alamein fernzuhalten, musste erst eine der berühmtesten Schlachten der Geschichte geschlagen werden. Der Wüstenkrieg Rommels erreichte seinen Höhepunkt mit den Gefechten um El Alamein und eine offene Straße nach Suez. Ab Oktober 1942 hatte Rommel Montgomery kaum etwas entgegenzusetzen. Die Briten hatten für eine frontale Begegnung bei der Schlacht gesorgt und ließen keinen Spielraum zu manövrieren. In diesem Kampf hieß es Mann gegen Mann und Panzer gegen Panzer. Und Rommels Reserven waren zuerst verbraucht. Er war mit seinen langen Nachschubwegen deutlich im Nachteil und hatte schnell kaum noch Munition und Treibstoff. Ab dem 2. November war ihm klar, dass er keine Chance auf einen Sieg hatte und ein Rückzug gehörte schon zu seinem Plan. Rommels Vertrauen zu Hitler und gewiss auch seine frühere Bewunderung wurden in der Schlussphase von El Alamein schwer erschüttert. Am 3. Oktober funkte Hitler ein Befehl direkt an Rommel, nicht aufzugeben und bis zur letzten Kugel zu kämpfen. Ein Befehl, den er besonders in der letzten Phase des Krieges sehr gern gab. Obwohl Rommel den Befehl als selbstmörderisch einschätzte, hielt er ganze fünf Tage Stand, bevor er ab dem 4. November seine Armee in einem brillanten Rettungsmanöver zurückzog. Aber der Feldmarschall war körperlich sehr erschöpft. Und obwohl er nur noch sehr wenige Panzer hatte, war er noch ein gefährlicher Gegner. Britische Siege schienen immer nur zeitweilig zu sein, Rommels Siege hingegen unabwendbar. Wenn klar war, dass er ein Manöver anführte, waren seine Gegner von vornherein mutlos. Ein Brief an britische Kommandeure warnte, es besteht die Gefahr, dass unser Freund Rommel zu einer Art Magier oder Buhmann für unsere Truppen wird, die viel zu viel über ihn reden. Aber hassen konnten sie ihn nicht. Sein Anstand war allzu bekannt. Als er El Alamein angriff, gehörte zu den Verteidigern eine Brigade jüdischer Soldaten. Hitler erfuhr davon und befahl Rommel, sie hinzurichten, wenn sie gefangen genommen werden sollten. Und wieder hat Rommel den Befehl einfach zerrissen. Einen Monat nach dem Ende der Schlacht um El Alamein landete eine große angloamerikanische Truppe in Nordafrika und bedrohte Rommel von Westen aus. Er steckte fest zwischen den Kräften von Montgomery und denen des amerikanischen Generals Eisenhower. Aber er inszenierte einen geschickten Rückzug in eine starke Verteidigungsstellung in Tunesien mit der See im Rücken. Sie wollten nicht aufgeben, sondern vernichtende Schläge besonders gegen die Amerikaner austeilen, von denen sie wussten, dass sie sehr unerfahren waren. Rommel hatte den Plan, über die wichtigen Pässe in den Gebirgszügen zu gelangen, die im Norden und Süden durch Tunesien führen, um auszubrechen und das amerikanisch-britische Kommandosystem zu unterbrechen. Die Schlacht um den Kasserinpass und um Sidi Bouzid waren wahre Rommel-Klassiker. Der scheinbar verwundete fliehende Wüstenfuchs wandte sich um und schlug seine Zähne in die allzu selbstsicheren Verfolger. Der Kampf vor und am Kasserinpass Mitte Februar 1943 ist besonders für die Amerikaner bedeutend, weil er fast eine Katastrophe ist. Über 100 Panzer gingen verloren. Das 168. Infanterie-Regiment hatte bedeutende Verluste und viele wurden gefangen genommen. Zu dieser Zeit, als die deutschen Panzer westwärts rollten, haben sie versucht, sich diesem Moloch irgendwie in den Weg zu stellen. Dann erfuhr er, dass es ein Problem an der Marett-Linie gibt. Gerade auf dem Höhepunkt, als sie die Amerikaner zurückgeschlagen und den Pass erobert hatten, hielten sie an und zogen sich zurück. Von nun an schwand die Stärke des schlecht versorgten Afrikakors und ohne Panzer ist Rommel nicht Rommel. Im März 1943 wurde er geschwächt und krank von Tunesien nach Deutschland zurückbeordert. Afrika sollte er nie wieder sehen. Die Kapitulation des Afrikakors im Mai 1943 hat ihm schier das Herz gebrochen. Sein berühmtes Kommando hatte nur zwei Jahre gedauert und umfasste höchstens fünf Divisionen, um seine Erfolge zu erzielen. Und nun, zurück aus der Isolation in der Wüste, wurde er mit einer schrecklichen Wirklichkeit konfrontiert. Schnell wurde ihm nun bewusst, welche Verbrechen Hitlers Regime begangen hatte. Sein alter Freund, General von Blazkowicz, fragte ihn, Rommel, weißt du, warum ich kein Feldmarschall bin? Und verbittert gab er selbst die Antwort, ich habe nicht gebilligt, was die SS in Polen und Russland getan hat. Rommel fand heraus, dass er nicht nur einem verlorenen Krieg gedient hatte, sondern einem verbrecherischen Unternehmen. Rommel machte sich keine Illusionen mehr und kam in Kontakt mit einer weitverzweigten Verschwörung gegen Hitler. Wie immer korrekt war er der Meinung, dass Hitler nicht getötet werden sollte, sondern inhaftiert und vor Gericht gestellt. Aber als Hitler ihn dazu abkommandierte, einen mächtigen Atlantikwall zu errichten, um die Invasionsstreitmacht der Alliierten an der Landung in Frankreich zu hindern, schob er alle anderen Erwägungen beiseite. Er war zuallererst Soldat und der Krieg war für ihn wichtiger als alle Politik. Aber letztlich sollten sich die politischen Fragen für Rommel doch noch als verhängnisvoll erweisen. In der ersten Hälfte von 1944 stellten die Alliierten die beeindruckendste Angriffsmaschinerie zusammen, die die Welt je gesehen hatte. All das, um Rommels Atlantikwall zu durchbrechen. Die Ausrüstung war fabrikneu und der Nachschub unbegrenzt. Sie dominierten den Luftraum und die See. Aber wenn Rommel sie am Strand aufhalten könnte, käme es vielleicht zum Verhandlungsfrieden, den er erhoffte. Nur jemand wie Rommel konnte an der Aufgabe nicht verzweifeln. Ein 2600 Kilometer langer Küstenstreifen musste verteidigt werden, von Holland bis Südfrankreich. Das bedeutete nur eine deutsche Division ohne volle Sollstärke für 45 Kilometer. Und das ohne die Bewegungsfreiheit der Wüste. Der Meister der mobilen Kriegsführung sah sich zu einem statischen Verteidigungskampf gezwungen, um unter anderem die Küste der Normandie zu sichern. Hitler und Rommel brauchten einander und sie erneuerten ihre Verbundenheit, die durch die Niederlage in Nordafrika belastet worden war. In Bezug auf Hitlers wirklichkeitsfernen Optimismus sagte Rommel trocken zu einem Freund, Er erhielt das Ritterkreuz mit Brillanten und wusste, dass er die Unterstützung Hitlers zurückgewonnen hatte. Weil Rommel so geringe Kräfte zur Verfügung hatte, musste sich das Offensivgenie auf stationäre Verteidigungsanlagen verlassen. Millionen von Minen, tausende Kilometer Stacheldraht und unzählige sogenannte Rommelspargel wurden in Stellung gebracht. Der Wüstenfuchs war nun gebunden an betonierte Geschützstellungen und Bunker. Diese Art von Stellungen hatte er immer als Soldatensärge angesehen. Ein Lichtblick in seinem Leben war seine Familie. Auch wenn er sie in den Kriegsjahren nur selten sehen konnte, schrieb er doch sehr regelmäßig an seine Luzi. Rommel war zum Geburtstag seiner Frau am 6. Juli zu Besuch bei seiner Familie, als er hörte, dass die Lawine der Alliierten über die Normandie hereingebrochen war. Sofort kehrte er zurück an die Front. Er wusste, dass es zu spät war. Seine Pläne von parallelen Minenfeldern und vier Gürteln von Hindernissen unter Wasser waren weit entfernt von ihrer Fertigstellung. Die Alliierten konnten noch nicht einmal einen Tag lang am Strand aufgehalten werden, bevor sie sich durchboxten und einen Brückenkopf bildeten. Rommel war wütend und frustriert. Irgendwie gelang es ihm, den Feind festzuhalten, als zwei Millionen Mann verbissen um die Hecken der Normandie kämpften. Aber nun war die deutsche Niederlage für Rommel unabwendbar. Der tapfere und charismatische Oberst Klaus Schenk von Stauffenberg und Generalleutnant Hans Speidel waren die hochkarätigen Anführer einer lange vorbereiteten und groß angelegten Verschwörung zur Beseitigung Hitlers. Einige Versuche, ihn zu töten, waren gescheitert. Es gab Unstimmigkeiten, welche Funktion Rommel bekleiden sollte, ob er die Reichswehr übernehmen oder Präsident des neuen Deutschlands werden sollte. Er dachte an keine politische Karriere. Er handelte aus der Verantwortung, die er als General empfand. Feldmarschall von Kluge setzte von Rundstedt über Rommel, der inzwischen darüber sprach, die westliche Front für die Alliierten zu öffnen, wenn sie den Durchbruch geschafft hätten und keine Hoffnung mehr bestehen würde. Er würde Hitler vor vollendete Tatsachen stellen, denn er fand es entscheidend, dass die Westalliierten Berlin vor den Russen erreichen. Er machte noch einen Versuch, Hitler mit Argumenten von der Einstellung der Kämpfe zu überzeugen und traf ihn in Berchtesgaden. Hitler bestand darauf, dass Rommel den Raum verlässt. Das war Ende Juni 1944 und die beiden sind sich nicht mehr begegnet. Nach Rommels Treffen mit Hitler kehrten er und seine Stabschefs zurück und verfassten eine Botschaft, im Grunde ein Ultimatum. Darin sagten sie Hitler, dass es Zeit sei, den Krieg zu beenden und dass Deutschland ihn nicht mehr gewinnen könne. Er sandte die Botschaft über von Kluges Hauptquartier und von Kluge fügte den Vermerk hinzu, ich stimme Rommel zu. Rommel bekam keine Antwort. Am 17. Juli gegen 4 Uhr war er auf dem Weg zum Chateau in der Nähe von Livareau, als ein englisches Flugzeug kam. Er rief dem Fahrer zu, schneller zu fahren und abzubiegen. Aber das Flugzeug erwischte den Dienstwagen im Tiefflug auf offener Straße. Rommel überlebte schwer verletzt. Am Donnerstag, den 20. Juli 1944, als Rommel sich von seinen Verletzungen noch nicht erholt hatte, erschütterte eine Explosion eine Baracke im Vierdenburg in Ostpreußen, wo eine hochkarätige Besprechung stattgefunden hatte. Nur um Haaresbreite kam Adolf Hitler mit dem Leben davon. Aber der Anschlag brachte die Verschwörer in eine schreckliche Lage und setzte eine Kettenreaktion von Verhaftungen, Folter, unwürdigen Gerichtsverhandlungen und Schnellhinrichtungen in Gang. Nur Rommel bekam eine Galgenfrist dank seiner Verletzungen. Aber Rommels Name war von Verschwörern genannt worden, die von der SS nach dem fehlgeschlagenen Bombenanschlag gefoltert worden waren. Hitler selbst entschied, dass Rommel beseitigt werden musste. Aber so, dass das Reich und der Führer nicht bloßgestellt würden. Von Stauffenberg war schon hingerichtet worden, aber Rommel sollte nicht durch die entwürdigenden Scheinprozesse geschleppt werden, durch die andere Verschwörer verurteilt wurden. Schon lange war Rommel die beliebteste Figur in Deutschland nach Hitler. Eine öffentliche Anklage dieses heldenhaften Generals hätte die öffentliche Moral schwer erschüttert. Am 14. Oktober kamen die beiden Generäle Burgdorf und Meisel vom Oberkommando der Wehrmacht. Sie gingen in Rommels Haus und trafen sich mit ihm in seinem Büro. In aller Stille erklärten sie ihm, dass er eine schreckliche Entscheidung zu treffen habe. Mein Vater sprach mit mir, bevor er fortging. Er sagte, dass zwei Generäle ihm gesagt haben, dass es genügend Beweise für seine Beteiligung an der Erhebung gegen Hitler gäbe. Aber Hitler würde ihm wegen seiner Verdienste in Nordafrika eine Chance geben, die Chance, Gift zu nehmen. Die Alternative wäre, dass seine Familie in ein Konzentrationslager gebracht wird, nachdem Rommel öffentlich von einem Standgericht abgeurteilt wurde. Sie versprachen auch, dass seine Stabsoffiziere verschont blieben. Dann entschied er, mit ihnen zu gehen. Er sagte, dass er keine Wahl habe. Ich tue das Vernünftige und nicht das Dramatische. Rommel bestieg mit den beiden Offizieren den Dienstwagen. Am Nachmittag wurde sein Tod durch einen Schlaganfall gemeldet. Rommels Begräbnis wurde von den Nazis groß inszeniert. Es war eine opulente, gewaltige Beerdigung. Auf seinem Sarg lagen seine Orden, auch das Ritterkreuz, ein mit Juwelen besetzte Schwert und sein Marschallstab. Offiziere mit gezogenen Schwertern hielten die Totenwache. Eines der Lieder, die von der Versammlung gesungen wurden, war »Ich hat einen Kameraden«, ein Klagelied zu Ehren gefallener deutscher Soldaten. Hitlers Kranz passte beinahe nicht durch den breiten Eingang. Die Trauerrede wurde vom ältesten deutschen Feldmarschall von Rundstedt gehalten. Das zentrale Thema war die Geschlossenheit Deutschlands gegen die Alliierten. Er sagte, dass Rommels Herz beim Führer war. Rommel sei dem Nationalsozialismus sehr ergeben gewesen. Es ist makaber, dass Erwin Rommels Heldenbegräbnis, das er verdient hatte, von den Männern ausgerichtet wurde, die seinen Tod verschuldet hatten. Ausgerechnet die Gedanken seiner großartigen Karriere, die sie so schrecklich missbraucht hatten. Die große Menge, die die Straßen säumte, unterschied sich von den Offiziellen in einem wichtigen Punkt. Ihre Trauer war echt. Der Soldat Erwin Rommel wurde auf dem Friedhof von Herlingen beigesetzt. Das einfache Holzkreuz schmückt noch immer das Grab dieses ehrenhaften und anständigen Mannes. Vielleicht war Rommel unzeitgemäß. Hätte er im 16. oder 17. Jahrhundert gelebt, wäre er wohl der letzte deutsche Ritter gewesen. Der Soldat Erwin Rommel